Ja, die Japaner werden heute mit einem Lächeln auf den Lippen ins Bett gehen und sich denken, wir haben es geschafft. Wir haben den Weltmeister von 2014 im Auftaktspiel geschlagen und natürlich komplette Gegenteil bei der deutschen Nationalmannschaft. Riesenenttäuschung. Basti, ich würde mal sagen, du warst auch nahe der Fassungslosigkeit. Wie erklärst du dir die Niederlage? Ich erkläre es mir damit, dass wir eigentlich, wie auch in den vergangenen Spielen, wir hatten Chancen, ein Tor zu machen, haben das nicht gemacht, haben das 2-0 heute nicht gemacht und auch die taktische Umstellung von Japan in der Halbzeit auf ein 3-5-2-System oder man kann auch 5-2-3-System sagen, haben wir keinen Zugriff gehabt. Dadurch sind die Japaner ins Spiel zurückgekommen und haben dann viel mehr den Ball gehabt, sind viel mehr in unsere Hälfte gekommen und haben eigentlich aus ihrer Sicht auch dann verdient zwei Tore gemacht und wir haben auf Opferungsfolge spät und wir haben uns da den Schneid abkaufen lassen und für die die zweite Halbzeit war nicht gut in meinen Augen. Also das ist wirklich enttäuschend, dass wir so ein Spiel verlieren, aber ich glaube, es zeigt schon auch, wo wir gerade auch stehen. Also und welche Fehler wir heute wieder gesehen haben, das ist kein Zufall, die hatten wir auch in den anderen Spielen. Welche Probleme hat die Nationalmannschaft dann? Gerade im Defensivverbund, muss man sagen, waren heute auch wieder große Fehler da in der ersten Halbzeit auch mit diesen einfachen Ballverlusten. Selbst Gündogan hat angefangen, Ball zu verlieren, Schlotterbeck. Dann in der zweiten Halbzeit Stellungsfehler. Also wir schauen sie nachher nochmal an in den Analysen, da können wir nochmal genau darauf angehen. Aber das ist nicht abgezockt, das ist nicht erfahren genug, das ist auch nicht clever genug. Und da müssen wir auf jeden Fall viel, viel besser werden, wenn wir eine Chance haben wollen, gegen Spanien. Man sollte ja auch durchaus davon ausgehen, dass die deutsche Nationalmannschaft das Potenzial hat, auf eine solche Systemumstellung, wie sie Japan zur zweiten Halbzeit vorgenommen hat, reagieren zu können. Oder wäre das zu viel verlangt? Das ist nicht zu viel verlangt. Du musst einfach erkennen sofort, die Japaner haben umgestellt. Ja, das ist die Frage, wie spiele ich gegen den Ball? Wie spiele ich gegen den Ball, wenn die Japaner den Ball haben? Spiele ich einfach das gleiche System? Das wäre eigentlich so am einfachsten, würde ich sagen. Oder macht man es ein bisschen anders und macht man es vielleicht im Spiel schwierig? Wir haben keine Lösung gefunden, wir haben dadurch die Japaner...